Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast, der Tag nach einem überzeugenden Sieg unseres Lieblingsvereins. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo lieber Erik, hallo liebe Kate und hallo liebe Dortmund-Bezwinger. Und ja, wir werden ja wohl noch eine Weile zu Hause bleiben müssen und uns Filme anschauen, so wie sich die Lage hier darstellt und noch ein bisschen über Filme reden. Vielleicht empfehlen wir einen Film, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der was für euch ist. In der Sneak Preview der vergangenen Woche, in der Home Sneak Preview, die wir uns ausgesucht haben, den ich diesmal ausgesucht habe, ist der neue Film von David Fincher, der solche Sachen gemacht hat wie Sieben oder Fight Club oder Benjamin Button, den fand ich jetzt nicht ganz so gut. Und er hat einen Film gemacht, der heißt Mank und den hat er auf Netflix produziert. Den wollte damals, ich glaube, den wollte er schon drehen, bevor er Fight Club gemacht hatte und hat aber kein Studio dafür gefunden, die gesagt haben, ein Film in schwarz-weiß über so ein Thema sehen wir keine Erfolgsaussichten. Und als er dann so ein Deal mit Netflix gemacht hat, hat er den quasi mit in die Waagschale geworfen und gesagt, okay, also wenn ich hier für euch hier dieses, wie ist das mit Robots hier, diese Serie, da war ja auch Fincher beteiligt hier. Love, Death and Robots. Love, Death and Robots, ja, okay, ich war irgendwie bei Sex und irgendwas. Ja, dann hat er gesagt, okay, da will ich aber auch den Film produzieren und da haben sie ihm die Gelegenheit gegeben und den können wir jetzt betrachten. In der Hauptrolle spielt Gary Oldman, es spielt auch noch mit Amanda Seyfried und diverse andere, die man aus verschiedenen anderen Rollen kennt. Und der Film betrachtet das Leben von Herman Mankiewicz. Gespielt eben von Gary Oldman, der kurz immer nur Mank genannt wird, der damals für Orson Welles das Drehbuch zu Citizen Kane geschrieben hat, der 1940 rausgekommen ist, der Film. Und ich meine, selbst wenn man jetzt wenig mit Filmen zu tun hat, irgendwie Citizen Kane hat man schon mal gehört, dass es irgendwie ein Meisterwerk sein soll. Wir haben natürlich alle nicht damals den Film geschaut, als der ins Kino kam. Da sind wir alle wesentlich jünger dafür. Deswegen, wenn man den jetzt schaut, ja, man merkt schon an, die Art, wie es damals halt gedreht wurde vor vielen, vielen Jahren. Es catcht, glaube ich, nicht mehr ganz so sehr wie damals, wenn man diesen alten Film schaut. Aber man merkt trotzdem, dass er ziemlich gut ist, der Film. Und wird ja auch immer noch häufig darüber diskutiert. Und in diverse Ranglisten von den Top 100 besten Filmen ist ja auch immer mit vertreten. Und hier betrachten wir bei Mank eben diese Phase, wie dieses Drehbuch entstanden ist und parallel noch mit ein paar Rückblenden, wie das damals war, Anfang der 30er Jahre mit den Wahlen in den USA und mit Wirtschaftskrise in den USA. Auch speziell, was die Filmstudios betrifft und ja, was da alles so rundherum passiert ist. Das betrachten wir in diesem Film. Geht ziemlich lange. Wie lange geht das? Irgendwie zwei Stunden noch was? Zwei Stunden 15 fast. Das ist 2.12, glaube ich. Ja. Und ich musste in den zwei Etappen schauen. Also ich musste den mal anhalten, weil ich dann was anderes zu tun hatte, was unaufschiebbar war und habe den dann am nächsten Tag weitergeguckt. Und da ist mir echt schwer gefallen, da wieder reinzukommen, so richtig in die Stimmung zum einen. In dieses Schwarz-Weiß-Setting. Teilweise auch mit einem ... Also der Ton wurde, glaube ich, auch so wie damals so der Ton aufgenommen. Also so ein etwas besseres Mono, würde ich sagen. So hochgemischt so ein bisschen. Und ja, alles Schwarz-Weiß, die Beleuchtung. Und es ist schon ... Schwieriger Film, oder? Ja. Schwieriger Film, oder? Und am anderen Ende der Leitung schweigen. Ja. Ja, durchaus. Schon durchaus schwierig. Kriegst du zuerst. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe tatsächlich, weil ich nicht so ganz wusste, was ich mit dem Film jetzt anfangen soll, streckenweise, habe ich angefangen, auch mal Kritiken nebenher zu lesen, zu dem Film. Und da sind mir dann schon ein paar Sachen dann auch aufgefahren, wo ich dann gesagt habe, okay, ja, ah, das war wirklich so ein Film. Du hast es jetzt gerade gesagt mit dem Mono und so, das ist schon extra so gemacht, auch ab und zu mal so ein Knacksen und auch dieses Gefühl, als ob irgendwann mal die Filmrolle wegbricht. Solche Sachen sind bewusst eingebaut. Was ich eigentlich als Kniff so ganz lustig finde, weil das kann man mal genau so machen. Aber insgesamt, ja, ich sage es ganz ehrlich, ich bin nicht so ganz warm geworden mit dem Film. Das Schwarz-Weiß war eine ganz eigene Atmosphäre, muss man mögen oder auch nicht. Kann man mögen oder auch nicht, nicht muss man mögen. Ja. Die ganze Geschichte war so, ja, durchaus, ja, interessant, aber ich denke, man hätte das auch locker in 90 Minuten unterbringen können, wenn man einfach ein bisschen zusammengerafft hätte das alles. Und da hat es mir irgendwo gefehlt. Ich glaube, David Fincher wollte da einfach ausschweifen, der wollte das genießen. Das ist so ein ewiges Projekt auch irgendwie mit seinem Vater, der auch noch mit dran hing. Und, ja, ich sage es ganz ehrlich, ich bin wahrscheinlich nicht so damit warm geworden, so wie du mit Once Upon a Time in Hollywood. Ja, wobei, mit dem hier bin ich eher warm geworden. Ja, ja, aber einfach für dich zum Nachvollziehen, wie es mir jetzt mit Mank ging. Also, die Richtung ist ja durchaus ähnlich, die kann man ja durchaus vergleichen. Auch mit so ganz vielen Anspielungen. Und ich glaube, man muss da wirklich ganz, ganz tief in dieser Film-Bubble drin sein, auch mit den Filmen aus der damaligen Zeit, mit den Anfängen vom Tonfilm und alles. Da muss man, glaube ich, richtig tief drin sein. Dann versteht man da extrem viel und hockt wahrscheinlich auch ein bisschen kichernd davor. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin nicht so tief in der Film-Bubble 1930, 40, 50 drin. Citizen Kane, klar, kennt man, hat man gesehen. Sollte man gesehen haben, Kate, hau, 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 hau. Halt, und, ja, 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 und, ja, also, ich bin nicht ganz mit warm geworden. Und das war ein bisschen schade. Also, zu lang nicht warm geworden, aber ich fand Gary Oldman cool. Also, wobei, da wieder das Problem, was ich da halt auch noch ein bisschen dann im Endeffekt hatte, beim Nachlesen auch, wenn man feststellt, Mank war zu dem Zeitpunkt jünger. Also, der war noch gar nicht so alt, auch wenn man sieht, der ist mit 55 dann oder sowas gestorben. Gary Oldman ist über 70. Das finde ich dann schon ein bisschen mutig. Ich meine, klar, man kann das dann argumentieren mit, ja gut, aber guck mal an hier, saufen und was weiß ich was die ganze Zeit. Ja, hat es allerdings jetzt nicht einfacher gemacht für mich. Ja, echt, ich habe mich eigentlich ziemlich gefreut auf den Film. Ich dachte, ja, David Fincher greift da so auch so ein paar heißere Eisen vielleicht an aus der damaligen Zeit. Und letzten Endes ist es eher so eine persönliche Geschichte dann gewesen zwischen Mank und Orson Welles. Also, Orson Welles hat ja damals, das war ja sein erster großer Film, der war ja vorher, es begann ja gerade so in die Richtung zu gehen von Stummfilm Richtung Tonfilm. Und Orson Welles hat halt viele Hörspiele gemacht, die sehr erfolgreich waren. Und ja, das war so sein erster Film und hatte sehr, sehr große Erwartungen, weil damals waren irgendwie die Hörspiele im Radio wesentlich erfolgreicher als die Filme, die es damals so gab. Und da hat er halt sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen und eben dieser Drehbuchschreiber Meng sollte ihn da unterstützen. Und ja, diese ganze Gemengelage, die es damals gab, die hier dargestellt wird im Film mit den ganzen Wahlen und Parteien und Gewerkschaften dieser Filmwelt. Was ich gut fand, war, dass immer auch gezeigt wird, okay, das ist jetzt eine Rückblende, Flashback, ja. Also, damit man nicht total irgendwie verwirrt ist, ja, was ist jetzt wo oder so. Das hätte man auch wirklich ganz, ganz schlimm machen können. Da gibt es ja so Regisseure, die sind da ganz Fan von. Das ist wirklich so total verwirrend, wo du gar nicht mehr weißt, wo befinden wir uns denn jetzt gerade, wo du dann wirklich an kleinen Anhaltspunkten feststellen musst, ah, okay, das ist jetzt offensichtlich Vergangenheit oder so. Aber es hat für mich so ein bisschen dieses große Drama, dieser große rote Faden, der hat mir irgendwie gefehlt. Es war halt eine gute Erzählung und ich schätze auch sehr die Art, wie es gemacht ist, dass man sich an sowas rantraut, schwarz-weiß. Und ich mag auch den schwarz-weiß-Look. Ich gucke auch gerne mal so schwarz-weiß-Filme, wenn die irgendwo laufen, so richtig gute, weil da kann man halt doch noch sehr viel damit machen, ohne dass man jetzt von irgendwelchen Farbgebungen oder was ja gerade auch ganz modern ist, was ja selbst Fincher auch gerne gemacht hat, zum Beispiel 7. 7 ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel für sogenanntes Color Grading, wo halt eben die Farben im Film verändert werden. Und so, das kannst du halt hier nicht machen. Das ist halt so, wie es ist. Du musst es halt über Beleuchtung machen. Und, aber es hat mich nicht so richtig abgeholt. Aber ich sehe die in den Kritiken, also die meisten, sagen wir so, der Feuilleton, wie es so schön heißt, hat ja den Film dermaßen abgefeiert. Also da siehst du hier Top-Wertungen. Und die in Anführungszeichen normalen Kino-Zuschauer, die liegen eher so im Mittelfeld. Und ich glaube, da würde ich mich so irgendwie fast einordnen. Und jetzt bin ich gespannt, was die Kate sagt. Die konnte bestimmt nichts damit anfangen, oder? Überhaupt nicht. Also zum einen, ich habe tatsächlich Citizen Kane, ich meine, nie gesehen. Klar, der Name sagt mir was. Ich weiß, dass es ein großer Film für die Zeit war und das auch heute noch sehr, sehr, sagen wir mal, als Vorreiter gilt irgendwo schon. Ja, aber ich beschäftige mich mit solchen Filmen eigentlich gar nicht. Mit so ganz alten Filmen, 30er Jahre und so, ist halt überhaupt nicht meins. Zudem mag ich keine Schwarz-Weiß-Filme. Ich weiß, ich kann es nicht mal begründen, warum. Ich mag es einfach nicht. Das ist wie Stummfilme, die mag ich auch nicht. Was mir, also was ich an dem Film gut fand, war die Besetzung. Ich fand, der war toll besetzt. Lily Collins, Gary Oldman und so, das fand ich gut. Ich fand auch, er war grundsätzlich gut gemacht. Also, gute Aufnahmen, gute Schnitte. Deswegen gebe ich ihm jetzt auch nicht total schlechte Punktzahl. Aber ich konnte halt mit dem ganzen Thema nichts anfangen. Ich fand diese Rückblenden sehr anstrengend, weil es ständig welche gab. Also, man ist, wie du schon sagst, von diesem roten Faden abgekommen. Es ging ja darum, wie der Film entstanden ist und nicht alles, was davor passiert ist. Dann brauche ich den Film eigentlich nicht machen. Ja, also, ähm, und dementsprechend, er war einfach auch viel zu lang. Ich fand den Film viel zu lang. Mit den zwei Stunden zwölf ist der, da herrscht ganze Szenen. Komplette Rückblenden hätte man rausnehmen können. Und der Film hätte genau gleich geendet. Deswegen, ähm, es war jetzt nicht meins, gar nicht. Aber er ist gut gemacht. Das möchte ich nicht bezweifeln. Ich glaube, wenn du die, die reine Entstehungsgeschichte des Films, also, er liegt im Bett und seufzt sich kaputt und, äh, schreibt den Film. Wenn du rein dasst, das wäre ja voll langweilig gewesen. Deswegen mussten sie ja die... Grundsätzlich wahrscheinlich schon, ja. Ja, ähm, ja, also, puh, schweres Ding. Also, ich gebe auf jeden Fall sieben Punkte. Ähm, hat mich nicht ganz so abgeholt. Ähm, finde ich immer noch besser als Benjamin Button. Mit dem konnte ich ja sehr, sehr wenig anfangen, irgendwie. Also... Ja, den fand ich auch nicht gut. Und ich hoffe mal, irgendwie, irgendwie fehlen mir so ein bisschen, mir fehlen so ein bisschen bei David Fincher mittlerweile diese What-the-Fuck-Momente, wo man wirklich sagt, boah, was der sich traut. Also, poah, Hammer oder so. Also, selbst damals, als Alien das Franchise war, und er hat dann Teil 3 gemacht, wo viele gesagt haben, boah, das ist ja ein furchtbarer Film. Ähm, ich fand ihn gut, ich fand ihn richtig gut, weil er hatte so ein paar abgefahrene Humorszenen, wo es den einen da in diesen Ventilator da reinsaugt, und alle betrachten dann so dieses, diesen Fleck Blut da auf der Erde, so, ey, das ist doch der, was weiß ich, der James und so. Woran hast du das erkannt? Na, hier liegt sein Schuh und so. Und da waren so abgefahrene Szenen drin, die ich einfach extrem mochte, der eben dieses ganze Franchise nochmal irgendwie auf ein ganz anderes Level und auch die folgenden Filme, aber mittlerweile ebbt das so sehr ab, und das finde ich bei Tarantino leider auch, also hat mir ja dieser letzte Once Upon a Time in Hollywood auch nicht so gefallen, und in dem davor, wo sie auch die ganze Zeit nur in dieser Hütte gesessen haben und gequatscht haben, hatten wir auch nicht so, ja, ich glaube, es ist langsam mal Zeit für, für neue, junge Regisseure, die, die sich beweisen können. Was gebt ihr so punktemäßig? Chris? Also, ich bin bei 6,5. Ja? Kate? Weil ich Gary Oldman einfach so anfange. 5, 5, 5. Nur wegen der Art des Films, wie er gemacht ist, und den Schauspielern nicht wegen der Geschichte. Und der Film, ich glaube zu erkennen, dass der Film eine sogenannte Oscar-Szene drin hatte. Das heißt, manchmal machen sie ja so speziell so Szenen, wo sie sagen, okay, das ist jetzt eine Szene, da kann der Schauspieler mal alles zeigen. Und das ist meistens eine relativ lange Szene. Und das gab es hier auch wieder. Also, ich denke mal, der ist so ein bisschen bewusst in die Richtung produziert worden, auch, ja, Gary Oldman mal so eine Oscar-Plattform zu bieten. Also, die, wo er dann so halb betrunken da in diese, in diese, na, Party ist es nicht. Oder ist doch Party, weil die sind ja verkleidet. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wo der dann so reinkommt. Ja, ich weiß, was du meinst. Wo sie dann sagen, er soll an die frische Luft gehen und Kaffee trinken. Das ist dann so eine Szene, die sie dann so bei der Oscar-Verleihung dann mal kurz in dem Ausschnitt zeigen. So ein Clip, ja. Okay, so. Es ist gut, dass ich das nicht machen muss. Chris, wie sieht es dann aus mit den nächsten Sneaks hier? Was gucken wir denn morgen oder nächste Woche, besser gesagt? Und wie lautet der Tipp? Ich muss jetzt echt aufpassen. Also der Tipp für morgen. Nee, wir sagen jetzt den Film für morgen und dann den Tipp für nächste Woche. Richtig? Genau. Ja, ganz genau. Okay, bei der Tipp für nächste Woche jetzt. Also, morgen oder in der kommenden Woche werden wir Trial of Chicago 7 schauen. Oder Trial of the Chicago 7 schauen. Auf Netflix. Auf Netflix. Auf Netflix. Da sind wir sehr gespannt. Und Tipp für die nächste Woche ist, Ullmann kann auch anders. Ich hoffe, das war richtig. Ich habe es gerade aus Gedanken schnell reingeschrieben. War das der Film, Kate? Ja, so hatte ich mir das ausgedacht. Okay. Super. Na, bin ich mal gespannt. Also, von dem Netflix-Film habe ich Gutes gehört. Schauen wir mal. Dann kommen wir mal zu den gesehnen Filmen und da ist heute nicht ganz so viel. Da ist lediglich der Schläferts-Film, den ich ja angekündigt hatte letzte Woche, dass ich den schauen werde. Und der war, wenn man das so sagen kann, bei dem Schläferts-Film gar nicht so gut. Ach, so ist es schade. Also, ich sage mal so, bei Schläferts ist ja so, dass man sich dann eigentlich immer über den Film an sich kaputt lacht und über diese absurden Szenen und was es da alles so gibt. Und hier war es so, ah, der Film war fast ein bisschen zu gut, wenn man das so sagen kann. Sodass es eigentlich nicht so richtig dämlich war, obwohl er natürlich auch dämliche Szenen hatte. Hier geht es, also der Film hieß Gefangene des Universums und da haben tatsächlich ein paar bekannte Leute mitgespielt, zum Beispiel Richard Hatch, den man kennen könnte aus Kampfstern Galactica. Da hat er mitgespielt und dann noch ein paar andere durchaus bekannte Leute. Also, wie gesagt, der hat doch etwas, eine Qualität gehabt und da hat eine Frau, eine Reporterin, die soll einen Doktor treffen, den sie interviewen soll. Die hat so ein komisches Format im Fernsehen, wo so übernatürliche Sachen, sowas wie, wie hieß das mit Jonathan Frakes hier, dieses X-Faktor oder nee, wie hieß das? Doch, X-Faktor. Ja, X-Faktor, ne? Ja, ja. Genau. X-Faktor. Ja, sowas ähnliches hat die so übernatürlich und der soll angeblich was erfunden haben und den soll sie interviewen und dann geht sie da hin und ihr Kamerateam ist aber noch nicht da und auf dem Weg dahin hat sie einen Autounfall, also sie schrammt da jemanden und so ein Handwerker, also fangen meistens Pornos an, aber hier nicht, also Richard Hatch gespielt er und die beiden treffen sich dann, weil der muss mit seinem kaputten Auto, das kann nicht mehr fahren, der begibt sich dann zu Fuß zu dem Haus von dem Doktor und sie ist schon da und der Doktor hat ein, ja, so eine Art wie bei die Fliege, wo man so Sachen transportieren kann, aber hier wird das halt in eine andere Dimension transportiert, so ein Portal hat er erschaffen und dann gibt es ein Erdbeben und die fallen alle in dieses Portal rein, das ist ja lustig aus, wie das gemacht ist und dann kommen sie halt in diese anderen Dimension raus, alle sind Südafrika gedreht, ja, das ist, also das sieht jetzt nicht wirklich anders aus wie ein anderer Planet oder sowas, die laufen die ganze Zeit durch den Wald und da sind so, ja, so wie Urmenschen, so ähnlich, ja, und ganz irgendwie hier angemalt und die aus irgendeinem Raumschiff Enterprise, aus einer alten Raumschiff Enterprise Folge hätten gefallen sein können und auch so Dialoge, wie gesagt, war jetzt nicht so, nicht so richtig lustig, gut, so richtig schlecht, hat er aber doch durchaus seine Momente gefangen des Universums und nächste Woche, ihr seid bestimmt schon gespannt, was da kommt, da kommt der Film, Unbedingt, erzähl, The Brain, auch mit Pinky, und ich lese mal die Story vor, fast alle hängen vor der Glotze, wenn die Sendung unabhängiges Denken mit dem berühmten Dr. Blake läuft, er hat die höchsten Einschaltquoten, parallel töten sich aber im Land immer mehr Menschen selbst oder verunglücken auf seltsame Art und Weise, der Schüler Jim entdeckt, dass der TV-Star dahinter steckt, es kommt noch schlimmer, den Forscher lenkt ein Monster. So, also, das kann nur gut werden, nächste Woche Freitag, Tele 5 einschalten, Schläfatz, ich bin da auch wieder auf Twitter zugegen und ein kolossal köstliches Fantasy-Film Soufflé, okay, Soufflé, ah nee, das war der Film letzte Woche, wurde so genannt, okay, bin ich auf jeden Fall wieder am Start und wäre auch über Twitter und so und es ist wahnsinnig was los und wo gehen wir jetzt, wir können eigentlich mal diese mittleren Sachen hier ausblenden, die wir ja gerade eh nicht haben, hier Charts und sowas und deswegen machen wir gleich mal weiter mit den Kino-News. Da hat uns die Kate letzte Woche ein bisschen was weitergeleitet, ja, erzähl mal, es kommt auf Disney Plus eine Serie über Ashoka Tano. Nicht nur, da haben wir noch mehr angekündigt, ne? Ja, unter anderem, das ist das, was ich weitergeleitet hab. Ach so. Aber es kommt auch eine Obi-Wan-Serie. Yay. Ja, aber bei der Obi-Wan-Serie, das war ja klar, dass sie kommt, aber dass da Hayden Christensen als Ja. Hayden Christensen als Darth Vader auftreten wird, das war bisher noch nicht bekannt. Hune McGregor als Original-Obi-Wan-Lieder. Das war ja auch bekannt. Ja, aber das finde ich schon hartgeil. Ja, insgesamt haut Disney, die hatten ja diesen Investor's Day und die haben da einiges rausgehauen. Also das wird, denke ich, durchaus spannend. Auch, dass der Ableger von Clone Wars, der kommen wird mit Bad Batch, Bad Bad Bench, oder wie ist das genau? Ja, Also das wird hochspannend. Das wird hoch, hochspannend. Und dazu dann noch die Veröffentlichung von den Marvel-Serien. Also Disney Plus haut einiges raus gerade. Ja, leider muss man ja fast sagen, ne? Weil das kommt ja dann alles nicht ins Kino, ne? Ja, aber das sind ja auch Serien. Serien kommen ja grundsätzlich nicht ins Kino. Ja, aber es sind ja auch Filme dabei. Also wenn die Serien, wenn die Serien bei dem Niveau sind wie The Mandalorian, dann dürfen die gerne so viele Serien produzieren, wie die möchten. Falcon and the Winter Soldier kommt auch als Serie. Ja. Oder hattet ihr das gerade schon genannt? Ja. Wanda Vision. Wanda Vision kommt auch. Da kommt auf jeden Fall einiges. Was ich auch noch ganz kurz da erwähnen möchte, weil es ist gerade schon viel mit The Mandalorian. Sean Favreau macht auch die Ashoka Tano Serie. Mit dem, wie heißt der? Waikiki? Taika Waititi. Waititi? Waititi? Ja. Warten die Waititi nicht was anderes? Waikiki? Waititi? Ich weiß nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall, der macht ja auch mit. Den lustigen Thor-Film gemacht. Thor Ragnarok. Und eine verdammt coole Folge von Mandalorianer auch. Ja, also kann nur gut werden. Also sehr, sehr vieles. Sehr, sehr vieles, was sehr positiv ist. Ich glaube, ja, es kann glaube ich nur gut werden, wie du sagst, Erik. Klar werden uns Filme lieber, aber ich bin ja grundsätzlich ein großer Serienfan. Ich liebe Serien, weil man einfach von den Serien viel mehr hat. In einem Film musst du alles so komprimiert erzählen. Und in einer gut gemachten Serie, dann kannst du einfach auch mehr erzählen. mehr rausholen aus dem Thema. Aber du kannst dich auch tierisch verzetteln. Ja, klar, natürlich, aber wenn die Serie gut gemacht ist, und so eine Serie habe ich heute, die ich noch bespreche, wenn die Serie gut gemacht ist, dann habe ich lieber eine Serie als einen Film davon. Ich habe ja noch ein bisschen mehr gefunden gerade, wo ich mal durchgeschaut habe. erzähl mal. The Mighty Ducks Game Changers, eine Serie. Ja! 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 Mit Lauren Graham! Ich liebe diese Frau! Dann Big Shot, eine Serie über Mädchenbasketball an der Highschool. Nee. Beauty and the Beast Prequels-Serien, also das ist hier, ja, eine sicherlich von vielen Fans ersehnte Serie. Okay. Könnten sich diese vier Leute bitte bei uns mal melden, vielen Dank. Percy Jackson and the Olympians, eine Serie resultierend aus der Buch-basierten Fantasy-Filmreihe. Dann noch was basierend auf einer Buchreihe, The Mysterious Benedict Society. Dann Film Hokus-Pokus 2. Three Men and a Baby mit Zac Efron in der Hauptrolle. Oh Gott! Gott, nicht noch einen. Safety, ein Film über Amerikas Top-Sportart-Football. Okay. Flora in Ulysses, steht nichts weiter. Cheaper by the Dozen, Neu-Interpretation der beliebten Komödien-Reihe mit Steve Martin. Ice Age Adventures of Buck Wild, Spin-Off des dritten Ice Age-Films mit dem schrulligen Buck in der Hauptrolle. Mit Buck. Eine Fortsetzung von die Nacht im Museum, hier Night at the Museum. Krass. Also hier steht ja echt viel. Jetzt kommen die Star Wars. Star Wars Rangers of the New Republic, Star Wars Ashokatano und Star Wars Andor mit A, nicht Endor. Andor, ja, das ist der aus Tingson, aus Rogue One. Obi-Wan Kenobi und Lando, zwei verschiedene Serien. Ja. Zwei Kultfiguren aus den Star Wars Serien bekommen ihre eigene Serie. Star Wars The Bad Badge, oh, das lässt ja Raum für Wortspiele, ey. Ja, das ist ja, aber das ist der Clone Wars. Das ist die, ja, Animationsserie. das ist die Weitererzählung. Eine Kultserie Clone Wars. Star Wars The Acolyte, ein Mystery Thriller aus dem Star Wars Universum, ein Film. Star Wars Visions, eine Serie animierter Kurzfilme im Anime-Stil, das ist wahrscheinlich sowas wie damals dieses, wie hieß das, Matrix-Dings da, da gab's da auch mal sowas von Matrix. Star Wars A Droid Story, hier dreht es sich, wie ihr schon ahnen könnt, über die kultigen Droiden, R2-D2 und C3PO. Dann weiterhin von Lucasfilm, der neue Indiana Jones-Streifen Children of Blood and Bone und aus der Star Wars-Reihe Rogue Squadron. Außerdem wird die Serie Willow produziert. Oh Gott. Ja, dann WandaVision, Doctor Strange, jetzt kommen die Marvel-Sachen, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, The Falcon and the Winter Soldier. Ja, aber das wäre erst 22 dann. Ja, also Doctor Strange ist erst 22. Ich habe hier nur gerade alle Ankündigungen, die sie hatten. Black Widow, Loki, What If, eine weitere animierte Serie, Chang-Gi and the Legend of the Ten Rings, das ist ja diese chinesische, mit diesem chinesischen Helden, Miss Marvel, eine weitere Serie über einen der neueren Charaktere, Captain Marvel 2, Eternals, zwei, nee, weitere tolle Marvel-Serien erwarten uns mit Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight und I am Groot, Secret Invasion, Ironheart, Thor, Love and Thunder, Ant-Man und Blade erscheinen unzählige Marvel-Helden in neuen Filmen auf der Leinwand. Auch die Guardians of the Galaxy finden sich im dritten Film von vielen erwartet zurück im Kino. Zusätzlich findet sich Weihnachten 22 mit The Guardian of the Galaxy Holiday Special ein Sonderformat. Ah, besonders spannend wird die Fortsetzung von Black Panther nach dem Tod von Chadwick Boseman. Auch die Fantastic Four feiern Rückkehr auf die Leinwand in dem, achso, ja, Punkt. Und dann kommt die Pixar, oh Gott, oh Gott, die haben ja echt viele, die lese ich jetzt nicht alle vor. Ja, aber du musst halt überlegen, die hatten jetzt auch schon ordentlich viel Zeit zum Nachdenken, was wir alles noch so machen könnten und Ideen umsetzen und bla. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich werde diesen Link hier, wo ich das gerade alles gelesen habe, wo das relativ gut aufbereitet ist, werde ich mal in den Shownotes posten. Da könnt ihr euch die restlichen Sachen noch durchlesen, weil da ist noch einiges drin. Okay, dann kommen wir mal, oder ich habe gestern mal reingeschaut bei den European Film Awards, die eigentlich ja geplant waren, so ein bisschen als den Gegenentwurf zu den Oscars, auch mit richtiger Show diesmal und so, nachdem ja diversen Länder ihre eigenen Shows gemacht haben, die mehr oder weniger erfolgreich waren, die in Deutschland eher nicht so, die hat ja immer Kritik abbekommen. Gab es gestern, ich hatte euch auch mal den Link geschickt, ich weiß nicht, ob ihr es geschafft habt, mal rein zu zappen, wurde als Livestream, Steven Gaitchen hat es moderiert, was ich sehr schön fand, es gab auch im Studio oder in diesem Set, was wir da hatten, waren noch einige Regisseure aus aller Herren Länder, Regisseurinnen und Regisseure aus aller Herren Länder vertreten, entstanden so nette Gesprächsrunden auch und es wurden die Gewinner gekürt, es wurden mal diverse Filme gezeigt, also ich muss leider sagen, ich kannte 80% der Filme davon gar nicht, was auch daran liegt, dass wir ja dieses Jahr natürlich auch wenig im Kino waren und wenig in der Sneak, wo wir öfters mal auch im letzten Jahr hatten wir großes Glück gehabt, dass wir auch viele so Oscar-nominierte und sehr gute Filme in der Sneak-Preview hatten, ist ja dieses Jahr leider weggefallen und auch so diese ganzen, ich sag mal, Randfilme, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat, die haben wir ja durch die scheiß Corona-Zeit gar nicht so richtig mitbekommen, auch in der Sneak nicht und auch nicht Kino-Neustarts und so weiter. Ja, ich lese nur mal so ein paar Gewinner vor, also den besten europäischen Film, die haben es so ein bisschen, glaube ich, wie Golden Globes gemacht, also es gibt einen besten europäischen Film und die beste europäische Komödie als Preisträger und der beste europäische Film ist mit, oder es ist der neue Thomas-Winterberg-Film, der zum Beispiel das Fest gemacht hat und so weiter, mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle, ein Film, wo es darum geht, dass irgendwie, ja, es gibt eine Theorie, dass wir, dass jeder Mensch geboren sein sollte mit einer kleinen Menge Alkohol im Blut und irgendwie ganz, ich bin nicht ganz durchgestiegen, ist wahrscheinlich so ein typischer Thomas-Winterberg-Film und wo es darum geht, dass Alkohol eben positive Sachen auslösen kann und da wird auch so Churchill zitiert, der gesagt hat, ich trinke niemals vor dem Frühstück und, ja, der Trailer oder der Einspieler sah sehr verrückt aus, hätte ich gerne mal und das nie gesehen gehabt, aber ich glaube, der wäre wieder so ein spezielles Ding gewesen und die beste Komödie ist eine, ich glaube, französische Komödie, bin mir nicht ganz sicher, könnte auch belgisch sein, mit Kat Merat in der Hauptrolle, den man ja kennt aus diesem Willkommen bei den Sties, wo es darum geht, da kümmert er sich um so eine Theatertruppe und die sollen Samuel Beckett's Warten auf Godot spielen und, ja, am Anfang ist halt, wie es immer so ist, die Theatertruppe nicht so richtig und dann entwickelt sich das immer mehr. Klingt auch sehr interessant. Interessant noch, Paula Bär hat den Preis gewonnen für die beste europäische Schauspielerin für den Film Undine, ist ja deutscher Film, ne, mit der Meerjungfrau, die da irgendwie, da hat man, glaube ich, auch den Trailer mal hier besprochen, wenn ich mich recht erinnere. Schweigen im Walde, kann sein, ich weiß ich nicht mehr. Schweigen ist Zustimmung, okay. Der beste Schauspieler, der beste Schauspieler ist Mats Mikkelsen geworden, bester Screenwriter, eben Thomas Winterberg für diesen Film, den ich eben genannt hatte. Bester Score ist für Berlin-Alexanderplatz. Dieser, also der Komponist heißt Dascher Dauenhauer, habe ich noch nie gehört, sorry, hat den besten Score gewonnen. Okay. Nicht schlecht. Und, ja, die restlichen, ich werde auch mal die Seite mit verlinken, wo nur die Gewinner stehen. Ich poste das mal hier ganz unten drunter. Könnt ihr auch mal gucken. Ich fand die Show sehr nett. Ich würde mir das echt wünschen, so ein bisschen als größere Celebration, so als richtige Gala und so. Steven Gätschen ist da genau der richtige Mann dafür. Da bin ich Fanboy, muss ich zugeben. Ja, der kennt sich aus. Der kann in allen möglichen Sprachen parlieren. Der kann Querverweise ziehen und so. Und, ja, selbst wenn da irgendwie so eine, da gab es dann so, weiß ich nicht, da wurden irgendwelche rumänischen Schauspieler oder irgendwas zugeschaltet. Hey, ich habe sie doch gesehen in dem und dem Film. Ich habe weder von dem Schauspieler noch von dem Film was gehört. Also, also das ist genau der richtige Mann dafür. Du bist halt nicht Steven Gätschen. Ja, eben, genau. Ich hoffe, nächstes Jahr dann eine richtig schöne Gala im Abendprogramm auch. Es war ja 20 Uhr, begann das. Aber nur, wenn alle geimpft sind. Definitiv, ja. Mikrochips, Mikrochips. Ich kann mal gucken, habt ihr eigentlich das gesehen, diese witzige Grafik zu diesem Thema, weil es wurde doch jetzt diese erste Frau geimpft, ne? In diese, diese irischstämmige die Britin. Die Britin. Die 90 Jahre oder so, ne? Und da siehst du so ein, so ein Meme-Bild irgendwie links, ähm, Bill Gates, ähm, in jung noch, wie er gerade so ein Joystick in der Hand hat und rechts siehst du so eine ältere Frau, die mit so einem Rollstuhl über so eine Skaterbahn so richtig rüberfliegt, so hey, ja, ich kann die erste steuern. Irgendwie so war da irgendwie sowas. Ja, geil. Okay, dann, ähm, haben wir mal soweit diese News, den News-Bereich durch. Gucken wir mal in die Serien rein. Serien. Äh, die Kate hat sich tatsächlich den Teenie Lost Crab The Vials angetan. Erzähl mal. Ich glaube, das kannst du in fünf Minuten abhören. Hast du da auch reingeguckt? Hast du da schon reingeguckt? Ja, fünf Minuten. Das war unerträglich. Ich hab's ausgemacht. Echt? Ja. Also ich, ich muss sagen, ich find die ziemlich gut. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte gestern noch nicht aufhören zu gucken, ähm, weil das Ende, die erste Folge ist einfach so krass, dass ich das weitergucken wollte. Bis dahin bin ich nicht gekommen. Wir hatten da aber letztens schon mal so eine Serie. Und so abkini ist das gar nicht. Was war denn das für eine Serie, wo die auch so auf einer Insel aufwachen und wo die irgendwie im 100 Meter Umkreis irgendwas finden irgendwie? Was ist denn noch? Das war doch genau so ein Crap. Das war doch der Film, den wir mal geguckt haben. War das ein Film? Das war eine Serie. Das war doch, glaube ich, nee, das war ein Film. Das war doch eine Serie. Da gab es mehrere Folgen, kann ich mich erinnern. Nein. Auch diese Netflix oder, war das, ach, ich kann mir erinnern. Nein, das war ein Film. Das war doch ein Film. Das war eine Serie. Ich find das raus. Erzähl mal über The Wilds. Ja, find das mal raus. Wir haben ja auch drüber gesprochen irgendwann. Also The Wilds gibt es jetzt auf Amazon Prime zu gucken. Es geht um, ich glaube, neun, neun, neun jugendliche Mädchen, die auf einer Reise nach, eigentlich nach Hawaii, ähm, mit ihrem Flugzeug abstürzen, also vermeintlich abstürzen, ähm, und auf einer Insel aufwachen, beziehungsweise im Wasser vor einer Insel. Das ist unterschiedlich, die wachen an unterschiedlichen Orten auf. Und, ähm, sie müssen, also zum einen müssen sie erst mal rausfinden, was passiert ist. Also sie wollen, tun halt ihre Erinnerungen so zusammenpacken, ähm, was so los war und, äh, müssen natürlich versuchen zu überleben. Und da sind halt ganz viele verschiedene Charaktere dabei und es sind halt Teenager. Und zwar alles Mädchen. Und das ist halt das, bisschen das Problem. Weil jeder ist so ein bisschen anders, jeder ist ein bisschen temperamentvoll und der eine will weniger machen, der andere will gar nichts machen und die anderen sind so total motiviert, die werden eh gerettet. Aber es ist tatsächlich weniger Teenager-Drama als gedacht. Ähm, die sind nämlich alle relativ intelligent, die Kids. Ähm, also die sind ausgebildet in Erste Hilfe und die eine, die ist so eine Survival-Königin, die guckt immer alle Survival-Serien an und weiß, dass man erst mal hier gucken muss, was haben wir an Vorräten und bla und keine Ahnung. Ich habe alle Staffeln Grass and Mette gesehen und Dr. House. Ich bin quasi Arzt. Genau, so in etwa. Ähm, das Problem dahinter ist allerdings, dass hinter diesem Absturz wesentlich mehr steckt, als man am Anfang denkt. Ähm. Nein, wirklich? Doch. Doch. Jetzt, nee, ernsthaft, auch wenn du nur fünf Minuten gesehen hast und du es cheesy fandest, ist es ja okay. Ähm, ich fand es tatsächlich sehr interessant und ich werde weitergucken. Ich bin jetzt, habe die ersten vier Folgen geguckt von zehn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute fertig werde. Du bist ja auch hier, wo du ganz verflichtst. Und ich bin sehr gespannt, wie es endet. Kannst du vielleicht noch mehr relaten da als ich jetzt. Vor allem das Krasse ist halt, das Krasse ist halt auch, das wird, also es wird in mehreren Ebenen erzählt. Also du hast einmal die Geschichte der Überlebenden, wie sie der Polizei, also ich gehe mal davon aus, was es die Polizei ist, erzählen, was passiert ist. Und zwar in jeder Folge erzählt jemand anderes, also einer der anderen Mädchen. Ähm. Ähnlichkeit mit Lost, eins unfällig. Während diesem Interview quasi wird dann auch, sieht man halt, was denen alles zugestoßen ist. Und, aber zusätzlich zu dem, was sie dann auch erzählen, was auf der Insel passiert ist, lernst du halt auch die Mädchen in Rückblenden kennen, was ihr Leben vor dem Absturz war. und warum sie so sind, wie sie sind. Ähm. Und auch, wie sie dazu gekommen sind, dass sie diesen Flug überhaupt antreten. Und das ist, da kommt dann doch schon einiges mehr raus, als gedacht. Ähm. Also mich hat das Ende der ersten Folge sehr überrascht. Ich hatte auf sowas gehofft, sage ich ganz ehrlich, dass das halt voll irgendwie viel mehr dahinter steckt. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich fand's gut. Ach, verdammt, jetzt kann ich die erste Folge mal noch zu Ende gucken. Ich fand das schon sehr gut. Also ich hab da reingeschaltet. Guck mal die erste ganze Folge an. Das hat's ja quasi bei jedem oben reingespült, ne. Und so, da hab ich gedacht, ah, sieht das sehr nach Lost aus, ne. Und dann guck ich da rein, denk ich, oh Gott, ey, Lost meets Maze Runner meets, äh, irgendwie, äh, keine Ahnung. Also ich finde, es ist eine Mischung aus Lost und aus dieser Sky-Serie, äh, Euphoria. Weil das ist einfach, einfach, die, die, diese Teenies haben halt teilweise kein tolles Leben. Die leben, die haben mit Drogen zu tun, mit Gewalt. Und, ähm, es ist einfach, einfach mal nicht, oh, wir sind Teenies und gehen auf die Highschool und alles ist toll, was du halt oft in so Teenie-Filmen hast, ja. Ähm, sondern es ist einfach irgendwo auch fast schon normal erzählt. Also ein normales Leben, was die haben. Das hat alles nicht rosa-rot und ist. Und das ist immer nicht immer aus der, aus der, aus der Sichtweise von irgendwie reichen Privilegierten erzählt wird. Und, äh, ja, es passieren echt harte Sachen. Also wir haben hier Tod und, äh, Verlust von Beatmasen und solche Sachen. Das hatten wir ja bei, übrigens, es war eine Serie, The Island, mit I, Ah, das war doch eine Serie. Ja, ja, sieben, siebenteilige Miniserie. Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, wir haben es bei Fortsetzung Volk besprochen, da besprechen wir ja nur Serie. Okay, ähm, ja, und da war es ja auch so mit Beatmasen und so. Aber haben wir das dann im Film, während der Serie nicht gelernt, dass es nicht gar nicht hieß The Island, sondern The One Land? Psst, jetzt spoilern doch nicht die Leute, die das hier, pfff. Entschuldigung. Also ich, okay, du hast mich überzeugt, ich gucke mal, das Ende noch, ich gucke es mal von den fünf Minuten noch, das merkt sich ja hier Netflix, wo ich gestoppt habe. Ja, komm mal weiter. Chris, guck das bitte auch mal. Kann ich da eigentlich sein, der hier sowas guckt? Ist schon okay, wenn ich für den Teenager-Serie zuständig bin. Ich bin quasi Teenager. Außerdem habe ich so viele Zeichentrick-Figuren, äh, Zeichentrick-Serien gesehen, ich bin quasi eine Karikatur. Okay, also ich gucke mal wenigstens die erste und wenn es mich dann nicht catcht, dann höre ich auf. Nee, das war mir einfach zu viel Parallelen und da war zu viel auch dieses Island drin hier, dieses, oh, wo ich dachte, oh nee, okay, da habe ich mich damals durchgekämpft, weil ich es endlich wissen wollte. Ja, aber ich finde, ich finde grundsätzlich bei Island war es, war es sehr subtil. Also es war halt, du hast es halt sofort gemerkt, dass das, dass da was nicht passt. Also war es nicht subtil? Ich glaube, wir müssen den Begriff subtil noch mal klären. Subtil ist eher, wenn es sehr unscheinbar, sehr, sehr verdeckt, dann war es eben nicht subtil. Kaum bemerkbar, ja, genau. Das war eher mit dem Holzhammer, deswegen habe ich gerade so. Das war halt, das war halt, bei die halt auch, bei, bei die Island wachen die ja alle in exakt gleichem, ähm, Abstand zueinander auf, ja, mit jedem, jeder hat eine Sache bei sich und so. Und da war ja klar, dass da von Anfang an mehr dahinter steckt, so. Und das ist bei The Wilds, ist es halt nicht so. Die wachen auf unterschiedlichen, die sind kurz vorm Verrecken, ja, äh, also die, die versaufen fast die ein oder andere, ja, bis die mal an Land kommen und, ähm, das ist schon, das ist schon, du denkst am Anfang wirklich, ich hab Raft gespielt, ich weiß, wie das geht, da sammelt man sich so Pfeffer auf und Holz und dann kann man sich ein kleines Fluss bauen und irgendwann sogar einen Motor. Also, du willst mir also sagen, Erik, du willst mir also sagen, du hast, alle Staffeln Lost gesehen, du wüsstest nicht, was du tun sollst, wenn du auf einer einsamen Insel gelandet bist. Ich wüsste, was ich tun muss, ja. Du wüsstest nicht, dass du nach Essen suchen und trinken und gucken, was du an Ressourcen hast. Ja, Wasser. Ich hab, ich hab ein kleines Polster, ich kann noch ein paar Tage ohne Essen überleben, aber ohne Wasser nicht. Und warum weißt du das? Weil du ganz viele Serien gesehen hast und auch so Survival-Serien, also macht euch über die Aussage der jungen Dame nicht lustig. War sogar mein Prüfungsthema in der 10. Klasse in Deutsch. Ich hab übrigens vier verschiedene Sparbücher gelesen, ich bin quasi Banker. Aber kleiner kleiner Tipp, falls ihr ein Geschenk braucht für Weihnachten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es gibt ein echt cooles Buch hier, ich such's gerade bei mir. Das heißt Handbuch für die gefährlichsten Orte der Welt. Das ist echt cool gemacht. Da stehen so Überlebenstipps drin, was ist zum Beispiel, wenn man gekidnappt wird, was ist, wenn man von zum Beispiel arabischen Terroristen so ein paar, da kann man so auf Arabisch ein paar Sachen auswendig lernen, wo die dann denken, okay, der ist vielleicht doch kein Ungläubiger und sowas. Und alles so Sachen, wie macht man Feuer, wo findet man Wasser und so weiter. Das ist so ein kleines Buch, so nützliche Hinweise. Man kann natürlich das Buch, dann hat man nicht jedes Mal dabei, wenn was passiert, aber man kann jetzt bestimmte Sachen schon zumindest mal gehört haben. Gibt's bei Amazon. Oder man guckt Lost und liest Robinson Crusoe. Ja, aber ich hab auch einen ganz schönen Tipp, liebe Hörer, wenn ihr noch jemandem was zu Weihnachten schenken wollt, mein Weihnachtswunschzettel bei Amazon ist öffentlich, da könnt ihr euch gerne was raussuchen und mir eine Freude machen, während alle anderen um mich herum irgendwelche komischen Serien schauen und dadurch zu Experten werden, freue ich mich schon zum Beispiel über die Dinge, die auf meiner Wischliste stehen. Vielen Dank an dieser Stelle. Haben wir die verlinkt eigentlich hier? Ich hab keine Ahnung. Ich guck gerade mal. Aber ich bin gerade drauf, das ist einfach nur traurig, was es da gibt. Ich hab festgestellt, nämlich man kann bei Amazon keine Wunschlisten mehr suchen, das haben sie abgestellt. Also du kannst jetzt nicht mehr den Namen von irgendjemandem eingeben und dann Wunschliste finden oder sowas. Du musst von demjenigen, die den Link zur Wunschliste geschickt bekommen oder wir müssen es hier verlinken, ich guck gerade mal. Ne, wir haben es nicht mehr, wir hatten es glaube ich mal, da hatten wir so Bildchen neben denen. Ja, ist nicht mehr da. Ich kann es ja, du kannst mir ja den Link mal schicken, dann kann ich das mal posten, dann poste ich mal unsere drei Wunschlisten oder wir nehmen es hier rechts an der Seite ins Menü mit rein, einfach Wunschliste und so. Ja, aber kommen wir mal zu einer besseren Serie, wie ich denke, obwohl die andere habe ich nicht gesehen, da kann ich mir nicht so ein Urteil. Und zwar eine Serie, die Undoing heißt, die bin ich ein bisschen, weiß nicht, wie ich da reingeschlittert bin. Ich habe irgendwie die Vorschau gesehen auf Sky und habe gedacht, ach ja, Nicole Kidman, Hugh Grant, das klingt ja ganz interessant und habe dann so die erste Folge mal reingeschaut. Vielleicht kurz zur Zusammenfassung, Die Undoing ist eine Miniserie, glaube ich, von HBO, die ja Sky-Partner sind. Wird dann spannend zu sehen, wie es dann mit HBO Max weitergeht, wenn die ja einen eigenen Streamingdienst dann auch in Europa ausrollen, aber da machen wir uns jetzt mal noch keine Gedanken drüber. Und in dieser Serie betrachten wir eigentlich hauptsächlich Nicole Kidman, die ist so eine Therapeutin und macht so Paartherapie und stellt dann fest, dass die Mutter von einem ihrer, Moment, ihr Sohn ist in so einer Schule und der von einem Mitschüler ist die Mutter ermordet worden. Und man findet dann so ein bisschen nach und nach raus, was da alles noch so mit zusammenhängt. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt gehen kann. Auf jeden Fall, ich sage mal so ganz spoilerfrei, ihr Mann ist wohl auch in das ganze Thema noch mit verwickelt und das Ganze entfaltet sich so nach und nach vor den Augen und auch quasi, wir haben den Wissensstand von Nicole Kidman als Zuschauer und erleben das quasi alles so mit, was sie dann so nach und nach feststellt und rausfindet und sie gerät dann auch noch mit in den Fokus der Ermittlungen und das Ganze, boah, fand ich extrem gut. Also die, ich mag das sehr. Momentan gibt es vier Folgen, also ich gucke das jetzt nicht, ich gucke das jetzt nicht on demand, ich habe das wirklich, ich habe mir das programmiert hier, die automatische Aufnahme bei Sky Atlantic und dann gucke ich das hier ganz gemütlich und ja, ich finde es echt gut. Susanne Bier hat hier die Serie gedreht, die hat er zum Beispiel auch ja, After the Wedding gemacht oder Bird Box auf Netflix zum Beispiel und ich finde es richtig gut gedreht und gut gespielt, also eine absolute Überraschung für mich, die Serie, ich weiß nicht, wie du es fandest, wie weit bist du, bist du auf dem Akte oder bist du schon durch? Ich habe auch alle, nee, es gibt ja nur vier Folgen bisher, kommt ja immer montags, kommt glaube ich eine Doppelfolge oder eine Folge oder? Gibt es nur die vier? Hast du oder? Ja, ja, also es ist quasi, es macht Sky gerade ab und zu, dass einfach jede Woche eine neue Folge rauskommt, aber ich glaube sogar, dass die Folge, also dass die Serie in Doppelfolgen kommt, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich fand die auch extrem gut, die war doch schon arg Drama, ja, und auch die, sie kannte ja die Tote, Nicole Kidman kannte ja die Tote, zwar nur ganz flüchtig und ganz kurz, aber ich fand auch das Verhalten von der Toten in dem Moment, wo sie halt mit Nicole Kidman was zu tun hatte, war sehr weird. Ja, krass. Ja, ganz seltsam. Deswegen hat mich das auch so interessiert, was ist da dran, ja. Ja, und du weißt halt die ganze Zeit nicht, sind diese Verwicklungen von den beiden, also hauptsächlich von ihrem Mann, wirklich so oder nicht und was steckt wirklich dahinter und also ich fand es schon, also es ist eine sehr beklemmende Serie auch, aber irgendwie geil, aber irgendwie komisch, aber irgendwie gut, also ich weiß auch nicht genau. Wahnsinnig gut gedreht, ja. Also vor allem auch dieses Zwischenmenschliche wird hier sehr, sehr gut dargestellt, fand ich, ne. Also muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Wobei ich mal wieder finde, dass die Polizisten sehr schlecht wegkommen. Der eine, der, ich weiß nicht, der ist so creepy drauf und verdächtigt einfach jeden und hat immer diese Art Poker-Face und wenn sie halt sagt, es ist so und so gewesen, dann glaubt er ihr halt einfach nicht und das ist halt, ich weiß nicht, also die Polizisten finde ich ein bisschen strange. Dann hängen die da noch mit drin, wer weiß. Übrigens hat The Undoing den Rekord von Game of Thrones geknackt, habe ich hier gelesen, was die Zuschauerzahl angeht und so. Was ich aber ganz schlimm finde, das hat aber nichts an sich mit der Serie oder mit der Geschichte zu tun, ist das Werbebild von der Serie. Es gibt ja, wenn du auf Sky Go oder so die Serie anklickst, hast du ja quasi ein Bild, was die Serie ankündigt mit dem Titel und du erkennst Nicole Kidman sofort, aber du erkennst halt einfach nicht, dass es Hugh Grant ist. Das ist so weich gezeichnet und finde ich fast schon verfremdet. Ich habe nicht erkannt, dass das Hugh Grant ist. Ich habe das in der Serie dann erkannt. Ja? Du musst dir das Bild noch... Du musst dir ja bellen und dabei was essen, klingt lustig. Robin, Schluss. Du musst dir das Bild mal angucken. Das sieht sehr strange aus. Ja. Chris? Nicht so gut marketingtechnisch. Der bin ich, ja. Ich habe dir mal in das Feld da bei Serien, habe ich dir mal den Namen der Toten reingepostet. Google den mal. Mach mal Google Bildersuche. Weil du hast ja bestimmt nicht gesehen, oder? Ja, ich suche den mal. Okay. Und in der Zwischenzeit gucken wir mal hier in die Mandalorian-Folge der Woche rein, oder? Und da bräuchte man eigentlich... Ach, wir müssen noch Spoiler-Warnung machen. Achtung, Spoiler-Warnung. Also Mandalorian geht ja nur so langsam, aber sicher auf das Staffelfinale zu, ne? Finale. Und da schrauben sie jetzt ganz gewaltig an allen möglichen... Oder dann drehen sie ganz gewaltig an allen möglichen Schrauben, habe ich das Gefühl. Also sowohl was Action angeht, als auch was Story angeht und auch was so Production Value angeht. Und... Boah, das war ja mal wieder der Hammer, oder? Naja, also ich muss sagen, ich fand die Folge nicht so gut, weil es kommt kein Grogu drin vor. Also, die Mission in dieser Folge ist ja eigentlich relativ einfach. Also wenn man in einem Online-Game oder wenn man in einem Game irgendwie... Ja, geh mal da hin und geh mal an den Rechner und hack das mal, ja. Wenn man das bekommt, klingt das erstmal relativ leicht. Aber hier ist es so, das Ganze befindet sich in einer versteckten Basis des Imperiums, dieses Terminal. Und auf diesem Planeten wird ein sehr gefährlicher Stoff abgebaut, wo das Imperium Bomben bauen möchte. Und dieser Stoff wird über weite Strecken über... Ich frage mich auch, warum die keine Raumschiffe benutzen, aber wahrscheinlich ist das auch zu instabil, dieses Element. Die müssen über weite Strecken über eine Art Feldwege zu diesem Ding fahren mit irgendwie riesigen Gefährten da mit zig Rädern und so, die dann sich wie Raupen da durchfressen. Blöd nur, dass da auch so ein paar Eingeborene wurden, die das nicht ganz so okay finden, dass da das Imperium zu Gange ist und dann auch mal so ein bisschen wie Mad Max-artig diese Transporter angreifen, wo wirklich ein Hieb reicht und dann geht das Ding in die Luft und so. Und ein von diesen Transportern kapert unser Held zusammen mit dem hier, wie heißt er? Wie heißt er? Sein Kombagnon, den er da mit reinholt für die Mission. Schweigen wir beide. Ah, den man rausholt aus dem... Ja, genau. Den kannte man ja auch. Ja, aus der anderen Folge, das ist aus der Folge, wo sie da den Gefangenen befreien. Ja. Ich komme gerade eher jedenfalls die zwei zusammen. Ich komme auch gar nicht drauf. Weil die anderen dürfen alle, die können alle nicht mehr mit hin, weil das Imperium hat so Scanner, wo die dann sehen können, ah okay, das ist hier ein gesuchter Verbrecher oder die gehören dazu. Also sind das die zwei einzigen, die das machen können und dazu muss sich auch unser Mandalorianer umkleiden, denn er muss eine Stormtrooper-Uniform anziehen. Mayfield. Ja, Mayfield. Mayfield, nicht Mayfield. Bill Burr, Mayfield. Und hat natürlich am Anfang auch einen Helm auf, noch hat er einen Helm auf, muss man ja sagen, denn man sieht ihn hier auch mal ohne Helm, denn um das Terminal... Spoiler! Spoiler! Ja, aber ich verrate ja nicht wie und was. Und dann um das Terminal zu bedienen, außerdem haben wir eine Spoilerwarnung gesetzt, guten Morgen. Ja, trotzdem, Mega-Spoiler. Um das Terminal zu bedienen, muss ein Gesichtsscan durchgeführt werden und blöd nur, dass dieses Terminal mitten in der Offiziersmesse steht von diesem Dingsi da, wobei ich mich gefragt habe, sind das eigentlich Offiziere, die da diesen scheiß Wagen fahren, dass die da einfach so reingehen können, aber egal. Offensichtlich geht das. Und dann... Ja, die wollten halt zum Terminal. Und das Terminal ist ja so geil. Oh mein Gott, ihr habt ja keine Ahnung. Und dann die Szene, die Szene, also sie werden ja dann einen Tisch gebeten zu diesem Commander oder was das war da, diesem General, keine Ahnung, welchen Dienstgrad er hatte, wo er dann so ins Schwelgen geraten und der Mandalorian kennt sich natürlich überhaupt nicht aus mit den Geflogenheiten des Imperiums und kriegt dann so Fragen gestellt, wo dann der andere zum Glück einspringt und für ihn antwortet und auch das Gespräch in eine andere Richtung lenkt, damit es nicht irgendwie auffällt, dass er gar nicht da reingehört. Und dann kommt natürlich was zu Tage, so aus den letzten Tagen des Universums, des Imperiums, damals nach Episode 6, diese Schlacht von, wie hieß das? Jedenfalls war das so eines der letzten Aufbäumen des alten Imperators und wo halt sehr viele geopfert wurden, auch eigene Leute. Und ja, dann eskaliert die Situation. Sehr viele Zivilisten, sehr viele Dings und alles. What the fuck? Also die Szene. Die Drecksack-Aktion. Also eine What the fuck-Szene. Also das war ja, hat sich am Anfang so angefühlt wie bei die Szene bei Heat, wo Al Pacino und Robert De Niro plötzlich an einem Tisch sitzen und reden und man weiß genau, die beiden würden sich eigentlich gerne umbringen, aber sie haben so eine Szene an einem Tisch, wo das nicht geht, weil da Leute rundherum sind und so. Und das war ja, also ich fand das echt gut, die, richtig, richtig gut. War vieles richtig, richtig Gutes dabei. Mal wieder. Und geht absolut immer noch in die richtige Richtung. Es ist so geil einfach. Und oh. Ja, mal gucken, wo das noch hinführt. Hatte so eine Mischung, war so ein bisschen so Buddy-Movie auch, so die beiden, wo die sich so irgendwie so, hey, jetzt nimm doch mal den Helm ab und guck mal, man kann viel besser atmen hier ohne den Helm und so. Und bis hin zu dramatische Action, What-the-Fuck-Szenen, also die hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Die Szene. Mal wieder? Ja, die Szene, nicht die Szene, die Folge hat mir sehr gut gefallen, ja. Absolut mal wieder. Durchaus. Ich betrachte es als Zustimmung. Doch, durchaus. Aber ich betrachte es jetzt Urruf. Ja, kann ja nicht immer der Niedlichkeitsfaktor sein. Doch, klar. Wobei ich ja fast sage, also es kommt ja nur noch eine Folge, ne? Oh, jetzt habe ich Kate zuerst in Chris' Mikrofon lachen hören, bevor ich sie über ihren eigenen gerade lachen gehört habe. Das war jetzt seltsam gerade. Ich habe aber geweint und nicht gelacht. Du warst gerade so laut. Das war sehr kurios gerade. Was denkt ihr, was in der letzten Folge passiert? Weltherrschaft. Der Monster Cliffhanger und Grogu wird immer noch nicht befreit. Das glaube ich nämlich auch fast. Dass da irgendwas passiert, dass Grogu noch... Oder es kommt irgendein Jedi, den wir kennen, mit dem wir aber nicht rechnen, auf die Bildfläche und will helfen, Grogu zu befreien. Weil Grogu hat ja diesen Ruf ausgesendet. Ach ja, das kann natürlich auch sein. Und da kommt irgendein richtig, richtig fetter, geiler Jedi, von dem wir nicht gedacht hätten, dass er kommt. Aber so wie das bisher gemacht ist, werden wir den wahrscheinlich nur so von hinten sehen. Ja, wahrscheinlich. Was? Den wir von hinten gesehen haben, war Boba Fett? Was ist mit euch los? Kriegt ihr überhaupt was mit? Nein. Ich meine, den Jedi, den wir jetzt noch nicht kennen, den sehen wir dann nur so von hinten. Vielleicht so wie damals bei... Was war das? Das Erwachen der Macht, wo dann Luke Skywalker nur so von hinten zu sehen ist am Anfang, hier ganz am Ende. Vielleicht wird das hier so auch. Das ist dann erstmal nur so, ah, was ist jetzt hier? Ja, aber ich glaube eher, dass es wirklich ein größeres Finale wird, dass Bo-Katan und die anderen Mandalorianer auch nochmal auftauchen, dass die sich da wirklich zusammentun, weil Mando ein ganz schönes Team zusammenschnüren wird. Dann wird es da unter den Mandalorianern nochmal so ein bisschen so geben mit Boba und Bo-Katan und so. Und ich denke auch, dass Ashokatano nochmal kommen wird, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass dieser Ruf von Grogu dann doch sie erreicht hat im Endeffekt. und sie dann sagt, ja, okay, scheiße. Muss ich doch einspringen. Und deswegen, ich glaube, dass es in diese Richtung geht. Aber man weiß es nicht. Und das ist das Schöne. Die sagen ja auch nichts. Und das ist noch viel schöner. Oh Gott. Ich will das sehen. Oder. Ich will nicht das vorbeigehen. Oder der Ruf von Grogu war so stark, dass alle noch verbliebenen Jedi auftauchen. Das wäre fett. Boba. Fett. Ja. Danke, Erik. Das war sehr schön. Den musste ich machen. Der lag auf dem FW-Bund. Ja, den musstest du machen. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich gemacht. Den muss man machen. Weißt du, was cool wäre, wenn du dann plötzlich so, letzte Szene siehst du von hinten nur so ein paar Ewoks oder so. Die dann gucken. Ich bin ja gespannt, wann der erste Wookie kommt. Hm, ja eben. Kann ja auch sein. Oh. Was natürlich. Also ich tippe auf jeden Fall, dass Moff Gideon das Staffelfinale von Season 2 nicht überlebt. Damit so ein bisschen Weg bereitet wird für was Neues. Jetzt mal meine Prognose. Und das aber auch der Stimmigkeit zu, dass Grogu noch nicht gerettet wird vom Imperium, sondern dass irgendein anderer. Vom Imperium wurde er eh nicht gerettet. Nee, aus den Händen des Imperiums gerettet wird, meinte ich. Dass er noch nicht aus den Händen des Imperiums gerettet wird, sondern dass da noch irgendjemand anderes, dass es einen doppel What-the-Fuck-Auftauchmoment gibt. Nämlich einmal, dass jemand vom Imperium kommt, den wir noch nicht kennen. Und Grogu in seine Obhut nimmt. Und von den Jedi auch das nehmen kann. Das Problem ist, ich glaube, ihr unterschätzt alle Moff Gideon ganz arg gewaltig. Ich glaube nicht, dass er stürmt. Ja, oder verschwindet aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ist es nicht schön, dass eine Serie auch mal so peu à peu released wird? Ich habe, also, wenn man überlegt, damals immer, wenn Netflix alles auf einmal rausgerotzt hat und der eine hatte erst drei Folgen geguckt, der andere fünf Folgen, man konnte nicht drüber reden und so. Das erinnert mich so ein bisschen wie damals an die Lost-Zeiten, wo wir wirklich jede Folge auseinandergenommen haben. Also nicht wir jetzt hier, sondern aber drüber gesprochen haben. Ich finde das sehr schön eigentlich, dass gerade solche Serien, die auch so eine dichte Story haben, das würde der Serie auch nicht gerecht werden, dass man die so in einem Rutsch wegrotzt und dann ist die vorbei. Sondern dass man die wirklich so peu à peu... Finde ich sehr, sehr schön. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo die Leute eh viel zu Hause sind. Und ja, sonst kann man sich ja auch teilweise gar nicht mehr im Internet bewegen, wenn man jetzt die Gefahr haben muss, dass einer vielleicht schon... Es wird 20 Uhr irgendwie alles released und einer hat irgendwie nachts um fünf alles schon gesehen und du willst am nächsten Tag die nächste Folge gucken und liest schon, was alles passiert und so. Ja, ja, bist schon richtig. Okay, dann sind wir durch das Serien-Thema durch. Dann müssen wir noch kurz über eins der unwichtigsten Indie-Spiele reden, was jetzt so rausgekommen ist. Ja, Chris und ich, wir spielen gerade Cyberpunk 2077. Nachdem wir uns auf der Gamescom nicht angestellt haben, haben wir die lange Schlange um den 10-Minuten-Clip zu sehen, den es auch auf YouTube gab. Und ja, ich glaube, dieses Jahr hätten sie wahrscheinlich auf der Gamescom ein bisschen mehr gezeigt, die ja leider nicht stattgefunden hat. Und jetzt haben sie das Game released. Wir spielen uns beide auf dem PC, nehme ich an, oder? Vor drei Tagen kam es raus. PC? Ja, ja, ich spiele... Also ich muss dazu sagen, ich hing ja dran und habe überlegt so, ha, eigentlich will ich es, wenn dann, erst für die PS5 haben. Aber PS5 dauert dann noch ein bisschen, habe ich auch noch keine. Und dann so, na ja, aber eigentlich hätte ich schon Bock, das auch zu zocken, wenn jetzt hier vielleicht dann auch Ferien anstehen oder noch andere Dinge. Dann habe ich vielleicht da auch ein bisschen Zeit und Kopf dafür und immer nur das Haarkopf muss auch nicht sein oder dann auch Fallout, muss ich auch mal wieder reingucken. Aber ich wollte einfach... Und es ist einfach ein total gehyptes Spiel auch und denke, ein großes Stück auch zurecht. Und dann hing ich dran und ich so, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich es bei MMO gar für 48 Euro geschossen und da kann es nicht viel falsch machen. Hast du das dann auch über dieses GOG? Weil ich habe es auch bei MMO gar... Ja, ja, ich habe es auch über Glock. Über das GOG muss ich mir erst mal installieren, hatte ich noch nicht. Ja, ja, aber das war halt dann für mich so, okay, also für 48 Euro kann ich das locker schießen für das, was da alles dann noch kommt und wie und was. Und ja, es macht schon sehr viel Spaß. Also es ist schon... Welche Fraktion spielt so? Mal was ganz anderes. Also, welches sind diese drei Bereiche da? Ich bin am Anfang jetzt ein Street Kid. Ich auch, ja. Das in der Mitte, genau. Ja, ich weiß. Das haben wir ja schon mal aus... Ach so, weil ich hatte irgendwie in unserer WhatsApp, dachte ich immer, du hast Links das erst mal genommen. Nee, nee, ich bin kein Nomade. Ich bin ein Street Kid. Und auch kein Concerner. Fabi ist der Concerner. Nee, also Street Kid, genau. Habe ich auch genommen. Habe mir da eine schöne Frau gebastelt. Mit der man spielt. Genau, Character Building. War zum Glück jetzt... Ich bin da immer ein bisschen abgeschreckt, wenn da zu viele Rollenspielelemente drin sind. Wenn du da so ganz feinsinnige Regler hast und wo du ganz überlegen musst, oh, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich bin ja nicht so der Rollenspieler. Deswegen finde ich so diese einfachen Schieberegler, so Intelligenz, Kraft, irgendwas, so wie bei Fallout, wo man sich dann erst mal ins Spiel reinfindet, guckt, okay, worauf kommt es denn jetzt an? Was ist denn meine Spielweise? Und dann zur Not nochmal neu startet mit einem neuen Charakter und das sich so baut. Finde ich besser, als wenn ich dann mir einen Charakter baue und dann mitten im Spiel feststelle, oh Gott, das funktioniert ja überhaupt nicht. Ich komme hier noch nicht mal durchs Tutorial durch mit meinem... Ja. Ja, sehr klar. Ansonsten macht Spaß. Es ist wieder dieser GTA-Faktor, finde ich, weil ich muss wieder gemischte Steuerung, also Keyboard, Maus, gemischt mit Controller, weil die Autofahrszenen kriege ich mir da so nicht hin. Ja, ich habe das Problem, das muss ich heute noch beheben, dass meine mittlere Maustaste nicht funktioniert. Okay. Das ist super spannend und super ätzend, weil du brauchst es für gewisse Sachen. Da gibt es aber irgendwie ein Workaround, dass man das hinkriegt, aber das hängt wohl auch mit irgendwas von Logitech zusammen. Also komplett Banane. Super nervig. Ich finde es mega, mega nervig, aber ist, wie es ist. Ich versuche das zu beheben und dann wird es hoffentlich funktionieren. Ich habe hier, was habe ich für eine Maus? Sharkoon, Pre-Glider heißt die. Da habe ich noch etliche andere Tasten drauf, die ich frei belegen kann, auch mit Skripten und so, das ist ganz hilfreich. Ja, also Cyberpunk, vielleicht kurz zur Zusammenfassung, spoilerfrei. Man kann drei verschiedene Wege einschlagen. Einmal so einen Nomadenweg, den wir beide nicht genommen haben. Einmal den Street-Kit-Weg, das ist so ein bisschen, ich würde es fast schon sagen GTA-mäßig, aber halt in der Zukunft so eine Art Blade Runner-Szenario, wo man so verschiedene Aufgaben erfüllen muss und dann so in so eine Gangster-Downtown-Geschichte da reinrutscht. Und dann das dritte ist so, wie heißt das, Corporate oder so, oder? Concerner. Concerner, ja. Gut, dass ich es vorher schon gesagt habe. So hörst du mir zu. Wenn man in so einem Konzern tätig ist, da hatte ich auch schon, ich glaube, der Fabi spielt das, ne? Concerner wollte der da machen. Ja, Fabi spielt den Concerner. Das habe ich auch gerade schon gesagt. Ja. Ich habe ihn in der Schule hier. Ja, siehst du mal. Immer die aus der letzten Reihe, Erik. Nicht immer über Filme und Serien und ich habe mir einen weiblichen Charakter erstellt. Da wurde bist du abgelenkt. Was uns sehr detailliert geht, ne? Ich glaube, die männlichen Charaktere kann man auch sehr detailliert bauen. Ja, aber du kannst ja auch kreuz und quer bauen. Also du kannst auch... Echt? G-Mails bauen und so. Ja, ja. Das habe ich jetzt nicht versucht. Das ist nicht so meine Präferenz. Ja. Man kann es mal probieren. Siehst du, ich habe halt mal alles durchgebaut. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Grafik... Ich hatte ein bisschen Bedenken, weil ich habe gesehen, auf Twitch bauen sich viele neue Computer. Da neckermann ja auch extra für Cyberpunk und so. Na, der hat einfach gesagt, er rüstet nochmal auf. Da dachte ich schon, ah, mal gucken, ob mein Intel i7 mit RTX und so, wie der damit klarkommt. Und ab gleich mal auf Ultra und so. Läuft smooth. Also extrem smooth. Ich habe ja gelesen, dass viele Konsolenspieler extreme Probleme haben. Da gibt es auch so Vergleichsvideos von der Vorstellung damals auf der E3 von dem Spiel und der tatsächlichen Version, was erschreckend ist. Also von diesen belebten Straßen ist nichts mehr da. Da rennen irgendwie zwei holprige Leute rum und im Original. Aber ich muss sagen, PC sieht geil aus und ist auch sehr belebt und alles. Also wenn ihr da das Spiel vielleicht spielen wollt und wollt jetzt nicht nur oder habt eine Konsole und ein PC zur Auswahl, der ein bisschen Bums hat, dann holt es euch lieber auf dem PC, solange es soweit gefixt ist. Und ich denke mal, dann wird es vielleicht eher auf der PS5 dann das volle Potenzial entfalten. Ja, aber das braucht noch ein bisschen PS5. Das denke ich auch, ja. Es gibt ja wohl, wenn man sich das kauft, so einen Upgrade Pass oder wie sich das nennt, dass man, wenn man es jetzt für die PS4 kauft, dass man es dann auch auf der PS5 dann nutzen kann. Das ist wie bei FIFA. FIFA habe ich auch das Upgrade drauf. Es wird sich ja auf der PS5 wahrscheinlich nichts ändern, außer vielleicht mehr Zuschauer dann im Stadion. Vielleicht gibt es die Option, Zuschauer aus dem Stadion heraus und das ist noch realistischer. Man sieht dann Messis und Ronaldos Haare noch ein bisschen deutlicher. Ah ja, okay, also Cyberpunk auf jeden Fall soweit. Und den Bart von Philipp Förster. Ja, den Pornobalken, Schnauzerbart, je nachdem, den Movemberbart. Also Empfehlung von uns erstmal. Wir sind jetzt noch nicht tief eingedrungen, glaube ich. Du bist noch weiter als ich, aber ein Stückchen weit weit. Ja, wahrscheinlich war gestern dann, aber ist schon sehr, sehr geil. Aber noch ein bisschen Fallout. Das macht schon sehr viel Spaß. Okay, und dann gucken wir doch mal, setzen wir uns beide mal in unseren Ohrensessel und hören uns an, was Kate berichtet in der Rätselecke. Rätselecke. So, also, ich habe was Schönes rausgekommen. Harry Potter! Nein. Und ich bin gespannt, ob ihr das wisst. Vielleicht, möglicherweise ist es auch zu einfach, aber so. Warte, ich muss noch einen DG aufrufen. Nein, das bringt nichts. Es wird nicht gegoogelt. Es wird nicht gegoogelt, weil dann weiß es gleich jeder. Okay, Alter, wie ist das? 2001. Hörst du jetzt einfach mal auf zu reden? Dack, dack, gut. Und lässt mich meine Frage stellen? So. 2001 wurde der erste Film in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen. Welcher Film war das? Ins UNESCO-Weltdokumentenerbe. Ja. Ein Film. Wurde 2001 der erste Film aufgenommen. Welcher war das? Wer darf denn anfangen? Zurück in die Zukunft. Nein. Wer darf, okay, jetzt hat Chris schon angefangen. Okay. Ist es ein, ein, ein Stummfilm? Ja. Ähm, ist es der allererste Film, der jemals auf Zelle Leut erschienen ist? Also der... Das kann durchaus sein, ja. Jetzt willst du den Namen wissen, oder was? Ja, natürlich. Wie der Film heißt, möchte ich wissen. Wenn du mir danach den Regisseur nennst, dann kriegst du sogar noch ein Sternchen. Regisseur noch bestimmt die Gebrüder Lumière. Nein. Nein. Ha, ich bin dran. Chris dran. Ich glaub nicht. Nein. Oh Gott. Äh. Äh. Ich hab sowas für keine Ahnung. Weißt du... Das ist ein sehr alter Film. Weißt du was in dem... Achso, Chris ist dran. Nein. Oh Gott. Also, es ist auf jeden Fall ein Film... Ähm, lass mich mal überlegen. Welche Filme könnten das denn groß sein? Ach, ich weiß es. Oh, ich hab auch... Jetzt ist es gerade eingefahren. Ich hab eine völlig abgefahrene Idee. Kann es sein? Oder... Ähm, hängt... hängt... Äh, von dem Film... Weil ich... Ich musste jetzt gerade zurückdenken an die... An unser gutes Metropolkino, wo... Äh, an der Wand diese Filmhistorie hing. Ist es da dabei? Ist der Film da dabei? Ja. Ach du Scheiße. Jetzt fast noch wüsste, welche da alle dabei waren. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der da hängt, ja. Ich hab grad... Ich hab grad meinen... Alter. Ich hab grad meinen Nerfgun durchgeladen. Wenn du es jetzt löst, dann geb ich ihm ja die Kugel, weil ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich muss es lösen. Ich hatte eigentlich... ich hab keine Ahnung. Ich geb ab an Erik, bevor er was passiert. Nein, mach euch weiter. Ich hab keine Ahnung. Kate, weißt du, was in dem Film zu sehen ist? Ich überlege, was da hängt. Kate, weißt du, was in dem Film ist? Oder hast du den Titel? Ich hab den Film nur stückweise... Ich hab den Titel und ich weiß, wann wann er ist und wer ihn gemacht hat. Aber ich weiß, ich hab den Film bestimmt auch mal aus Stück... also stückweise gesehen. Ach so. Aber ich mag keine Stummfilme. Ach so, ähm... Und auch keine alten Filme. Ach so, Moment, dann ist es doch nicht das, was ich dachte. Also es ist ein langer Film? Ja, es ist kein Kurzfilm. Ja, es ist ein langer Film. Dann ist es nicht... Dann war die Antwort vorhin falsch, dass es einer der ersten Filme ist, die es gibt, weil... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich kann mal sagen, aus welchem... Also einer der ersten Filme ist das galoppierende Pferd, was aufgenommen wurde. Nee, In Einzelbildern, wo die Studien gemacht... Ja, genau. Das ist einer der... Nee, 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 nee. Also ich kann mal sagen, von wann der Film ist, dann weißt du, was ich meine mit alt. Also der Film selber ist von 1927. Ja, da gab es ja schon ein paar Filme. Dann ist es nicht der erste. Ja, ich weiß doch nicht, weil der erste Film rauskam. Ach komm. Du kennst doch... Du kennst doch... Warte mal ganz kurz. Du kennst doch zum Beispiel Filmaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, wo die da im Schützenkram... Da gab es doch offensichtlich schon Filme. Also kann es nicht der erste Film sein. Ja, da hast du natürlich recht. Oder vom Panzerkreuzer Potemkin oder sowas. Das war ja auch 19. Jahrhundert. Da gab es ja auch schon Filme. Okay, also da müssen wir jetzt in eine andere Richtung denken, Chris. 1927. Kann ich wieder entladen, meine Nerfgun. Ja, du kannst deine Nerfgun entladen und ich bin immer noch am überlegen, weil ich bin gerade, nachdem ich diese schicke Frage gestellt habe mit dem Metropolkino, am überlegen, welche Filme da hängen. Und da hängt einmal Miss Piggy, da hängt Wild Wild West, da hängt Fünfte Element, da hängt Dick und Doof hingen dran. Vielleicht hängt es da auch nicht, ich weiß es nicht. Aber da hängt da... Und das hängt auch Metropolis dran. Und das hängt Metropolis dran. Und wenn das Metropolis, dann das ist das Einzige, was ich in diese Zeit pfeffern würde. Würde ich auch. Da würde ich jetzt mal mit fragen, ist es Metropolis? Ja! Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, ja, Metropolis. Ha! Die restaurierte Fassung des ca. 150 Minuten langen Stummfilms Metropolis aus dem Jahr 1927 von Fritz Lang wurde 2001 als erster Film in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen. Was ist das, das Weltdokumentenerbe? Ist das sowas wie Wikimedia? Nee, das ist wie das Weltkulturerbe. Nur halt für Dokumente und Papiere und Filmrollen und so. Früher gab es das halt nur für Dokumente. Deswegen heißt es Dokumentenerbe. Ja, also das sind irgendwelche uralten Dokumente. Und dann die amerikanische Verfassung oder was? Irgendwann kommen, keine Ahnung, wahrscheinlich. Und dann kamen halt irgendwann auch Filme dazu, die halt irgendein Weltriss, Weltthema haben. Keine Ahnung, die halt wichtig sind für die. Okay. Da wurde zum Beispiel auch der erste, der Zauberer von Oz wurde da auch aufgenommen. Aber nach Metropolis nehme ich an. Jaja, klar. Okay, war nur ein Schädel. Ich wollte nur sicher gehen. Okay, da ist der Chris das nächste Mal dran. Blub, blub. Yay! Ich vergesse es wieder. Yay! Ich hätte noch, ich habe gerade was Aktuelles gelesen, und da hatte ich überlegt, ob man das mal als Rätsel machen könnte. Da das aber dann, wenn ich dann irgendwann mal dran bin, zu weit hin ist, stelle ich es oder sage ich es jetzt mal. Und zwar eine ganz interessante Sache. Ihr kennt doch den Film The Zodiac, ne? Hier diesen, war ja auch David Fincher, wenn ich mich recht erinnere. Und da ging es ja um den Zodiac Killer, also den Rätselkiller, den sogenannten, der damals in San Francisco Leute umgebracht hat und an die Zeitung Rätsel geschickt hat. Und ich habe jetzt eine News gelesen. Ja? Ja, na, erzähl weiter. Genau. Kam gestern eine News, hat es bei mir reingespült, dass jetzt eins der größeren Rätsel jetzt geknackt wurde. Ja. Und da standen auch so drin, die anderen Rätsel, die vorher geknackt wurden, also da waren zum Beispiel so Sätze drin wie I like killing because it's so much fun oder that wasn't me on the TV show, weil da ist offensichtlich jemand in einer Fernsehsendung als Anrufer drin gewesen, der gesagt hat, ich bin der Rätselkiller und ich habe das und das. Und jetzt haben sie das lange veröffentlicht, diesen langen Text. Und das hat mich echt gewundert, dass heutzutage mit den Möglichkeiten von, weiß nicht, NSA und sonst was alles, Code, Deciphering und sowas, dass das immer noch ungelöst ist. Also gibt es noch sehr viele Fragmente von diesen Texten, die noch ungelöst sind und der Killer wurde ja damals nie gefasst. Und man hofft, dass in manchen von diesen Fragmenten, die immer noch ausstehen, dass da eventuell auch der Name des Killers irgendwie drin ist, weil er wohl selber mal gesagt haben soll, dass er das da drin versteckt hat irgendwo. Interessant. Fand ich sehr interessant. Könnt ihr euch mal nachlesen. Ich kann ja mal den Link mal mit reinposten von diesem Artikel. So True-Crime-Sachen. Das ist immer ganz... Mach's mal bitte in die Shownotes. Ich stehe auf True-Crime. Okay, dann ist Chris das nächste Mal dran. Schreibe ich ihm mal ins Hausaufgabenheft. Hurra, hurra. Und dann schauen wir mal in die Musik rein, in unsere Playlist. Musik. Kate, was hast du heute? Ich habe mal wieder was von Fallout Boy. Dance Dance. Ein Tanzsong zu Weihnachten? Ja, natürlich. Dance, das mache ich jetzt gleich live. Packe ich das hier drauf. Auf die Playlist. Übrigens, wenn hier irgendwann mal die Bemerkung kommt, haben wir schon, dann muss derjenige was aufgeben. Das ist lustig. So, Chris, was hast du? Ich habe in dieser Woche euch ja ein Video geschickt von Saturday Night Live. Mit diesem... Ja, sehr geil. Das ich sehr, sehr, sehr lustig fand. Mit dem Weihnachtsmann-Song, mit der Stan-Version. Ich hatte dann auch mal wieder Bock, von Eminem featuring Daido Stand zu hören. Und deswegen ist das diese Woche mit drauf. Ah, das ist ein echt guter Song. Das war ja damals auch so der Durchbruch für Daido. Da gab es ja mal so eine sehr schöne Podcast-Reihe, SWR 3 Songs und ihre Geschichte, was die auch im Radio veröffentlichen. Und da hat Daido mal erzählt, wie das kam. Also die wurde dann halt angefragt. Also die war ja eine kleine, also eine unbekannte Sängerin halbwegs. Und da gab es dann eine Anfrage so, hey, darf ich in einem Rap-Song das verwenden? Und so, ja, ja, klar. Und die wusste gar nicht so richtig, wer und was. Also es ging irgendwie über ihr Management mit, einmal ist das Ding explodiert. So alle, hey, wer singt das? Und so, boah. Also es war echt schön. Also wenn ihr es noch irgendwo findet, SWR 3 Songs und ihre Geschichte im Internet, Daido mal gucken. Es ist echt schön, wie sie das erzählt. Okay, bei mir, ich höre ja immer ein bisschen so Online-Radio, diverse Sender. Und da gab es einen Song, dachte ich, boah, was ist das? Das klang total seltsam. Ihr lest es vielleicht schon am Titel hier. Und jetzt kommt ja Weihnachten. Und da ist ja ganz hilfreich zu wissen, wie man das vermeidet, dass man über die Feiertage sehr viel zunimmt. Und ich packe drauf von Thomas Tulpe, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte. Und ich habe mittlerweile seine ganze neue CD gehört. Die gibt es auch auf Spotify. Die heißt übrigens, In der Kantine gab es Bohnen. Und der hat einen Song, Bananen machen dick. Der hat zum Beispiel auch noch solche Sachen drauf, wie Roy Black is back. Und so auf seiner CD. Also sehr kuriose Songs. Und ja, kann man mal hören. Und ich packe das mal mit drauf. Ein Song heißt auch, Mein Wellensittich. Okay, dann ist das jetzt alles auf unserer Kinocast-Songs-Playlist drauf, die ihr abonnieren könnt bei Spotify. Da habt ihr ein buntes Potpourri an Songs, die ihr hören könnt. Und dann schauen wir doch mal in den sonstigen Bereich rein, für den ich jetzt gerade keine Abtrennung habe. uns hat eine Mail erreicht vom Jochen. Danke Jochen für deine Mail. Und er hat geschrieben, er hat sich freies Land angeschaut, auf meine Empfehlung hin. Das war dieser Ost-West-Krimi, den ich mal Bericht hatte, über die, ich glaube, gab es auf Amazon Prime. Und er fand den sehr, sehr stimmig und mit starken Bildern. Und er hat gelesen auf Amazon Prime, dass der Film eine Neuauflage von Mörderland La Isla Minima ist. Ja, ich war überrascht, wie ähnlich die beiden Filme sind. Obwohl der eine 1980 in Spanien spielt und der andere 92 in Deutschland. Er fragt mich, ob ich Mörderland auch gesehen habe. Nein, habe ich noch nie gehört, dass das jetzt Neuauflage ist von diesem Film. Und mal schauen, vielleicht gucke ich da mal rein, wenn es den auch auf Amazon Prime gibt. Und, ach so, das war gar nicht der Kommentar. Da gab es doch noch einen. Wisst ihr, auf welchen ich anspiele? Ja, wobei ich das ziemlich unverzeihlich finde, was du da gerade machst. Wo ist denn der? Wo ist denn der Kommentar? Hat den von euch gerade jemand? Kate hat, glaube ich, ihr Mikro ausgeschalten. Ja. Ich höre sie reden, aber ansonsten hört sie nicht. Oh, Entschuldigung. Ja. Okay, ich finde ihn gerade nicht. War das als Kommentar? Warte, ich habe ihn, glaube ich. Nein, das war die Mail. Hier, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Hallo, Erik. Ich schätze deinen, in Klammer euren Podcast sehr und freue mich jeden Montag darauf, ihn im Auto zu hören. Sehr gut. Hier können wir beenden. Beim aktuellen Podcast ist mir aber ein unverzeihlicher Zwinker-Smiley Fehler aufgefallen. Du hast nicht wirklich gesagt, dass Belmondo in dem Film Der Schakal von 1973 mitgespielt hat? Fragezeichen? Habe ich nie behauptet. Der Attentäter war Edward Fox. Wie kannst du nur, Erik? Wie konnte ich nur? Ich finde es ganz schön, dass das auch mal in die Richtigstellung kommt. Ich finde das echt cool. Das ist, was der Leute gibt, die so intensiv auch zu hören und die endlich auch mal bereit sind, den Erik auf einen Fehler hinzuweisen. Genau. Bäm, so sieht es sich. Bäm. Die anderen Pfeifen, die kennen nämlich die Filme gar nicht, hier die alten Dinger. So. Und dann hier, und dann finde ich das nämlich einfach von den anderen Hörern unverzeihlich, dass die nicht antworten. Oder da auch mal sagen, hey, der Erik hat da irgendeinen Scheiß erzählt. Genau. Und ich möchte da noch mal betonen, dass nur der Erik Scheiß erzählt. Da muss sofort das Ausrufezeichen über den Kopf angehen und sofort Handy, die Tastatur. Aber hallo. Aber trotzdem. Nein, ich finde es sehr schön. Ja. Vielen Dank für das Kommentar. Der Schakal kann ich echt empfehlen, den Film, wenn er den irgendwo erwischt. Der läuft manchmal so auf den dritten Programm. Da geht es halt darum, um einen Mordversuch an Charles de Gaulle. Und ja, kann man durchaus mal gucken. Gerade wenn man den Film mit Bruce Willis und Jack Black, den der Chris letztes Mal im Rätsel hatte, wenn man den kennt und schaut sich mal den alten an. Ich fand den alten Schakal-Film sehr, sehr spannend. Mit Edward Fox. Mit Edward Fox, ja. Nicht Sean Paul Belmondo, der aber auch ab und zu mal irgendwelche Actionrollen gespielt hatte. Aber ein sehr spannender Film von 1973. Habe ich damals im Kino gesehen? Stellt euch vor. Nee, Quatsch. Ja, also der Schakal. Vielleicht finde ich auch raus hier im Nachgang, ob der irgendwo gerade läuft demnächst. Dann könnt ihr den mal anschauen. Okay. Dann noch der Hinweis auf den Weihnachtskalender, Adventskalender vom Kinocast. Jeden Tag ein neues Bildchen aus einem Film, den wir hier mal besprochen haben oder der 2020 irgendwie erschienen ist oder sonst was. Mach da mal mit. Das ist, glaube ich, eine ganz nette Rätselrunde gerade. Ist aber echt schwerer als letztes Jahr, fand ich. Findest du? Weil halt die Filme so außergewöhnlich waren dieses Jahr. Es war vor allem schwer, auch irgendwie an gescheites Material zu kommen, finde ich, weil bei den Streaming-Anbietern, da kriege ich es nicht so richtig hin, da irgendwie ein gescheites Bild zu machen. Ja, also wenn ich mir irgendwie eine DVD ausgeliehen habe oder ein Blu-Ray, dann kann ich da wenigstens schön hier einen Screenshot machen von der Szene. Da gibt es meistens in dem Programm die Funktion mit dem Screenshot. Hier in dem DVD-Player-Programm. Aber bei Netflix oder so, die blocken das manchmal, dass du den Bildschirm halt nicht abgreifen kannst, wenn ich hier was machen will. Oder ja, ist irgendwie halt ungünstig. Naja, alles machbar. Dann vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Auch weiterhin, die den Podcast damit hier am Leben halten. Das haben wir heute alles so gelernt. Schwarz-Weiß-Filme von David Fincher sind nicht unbedingt gut. Auch. Vorsicht bei verrückten Professoren, die irgendwelche Portale aufmachen durch Raum und Zeit. Und auf jeden Fall sollte man reinschauen in so Sachen wie Mandalorian, wer es noch nicht gemacht hat. und die Undoing kann auch was. Die Undoing. Ja. Und Bananen machen dick. Ja. Ja, übrigens. Aufpassen. Und Bananen machen dick. Also vielen Dank euch. Vielen Dank euch beide fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Bis dann. Ciao. Ich muss ganz doll pipi. Ich muss dick machen, ich muss was zu essen machen. Bis bald im Kinocast. 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 Vielen Dank.